Du bist nicht vorbereitet! Limit war zuletzt bei ungefähr 55%, Echo, zumindest von dem was wir wissen, hat die Intermission bei 70% erreicht und seitdem ist in Sachen Echo nichts mehr zu sehen von diesem Boss. Und das hat den Grund, wie Wowhead jetzt berichtet, Echo not streaming Mythic Denatrios Progression before NA Reset. Heißt, Echo wird den Mythic Denatrios Progress bis zum Reset der nordamerikanischen ID nicht weiter streamen. Heißt, bis Dienstag, wo unserer Zeit die Server der Amerikaner wieder online gehen, wird Method X Method, macht der Gewohnheit, sorry an dieser Stelle, wird Echo nichts mehr von diesem Boss zeigen. Und das finde ich persönlich ziemlich, ziemlich merkwürdig. Das Ganze hat zum Beispiel Jinji mit I've Got Some Bad News auf seinem Twitch-Kanal bekannt gegeben. Und dann schreibt noch, Raider.io, Echo cut off their streams after getting the boss down to the first intermission at 70%. Heißt, Echo hat die Streams, nachdem sie die erste Zwischenphase bei 70% erreicht haben, einfach abgeschaltet. Ja, hier steht, they turned their screens black, also einfach schwarzer Bildschirm, fertig, nichts mehr zu sehen. Und währenddessen, Limit streamt weiter dem Progress. Hier steht dann nochmal, bester Pull war tatsächlich bei 55,4% und ja, sie werden ihre Versuche weiterhin zeigen. Echo nicht, haben auch sämtliche Logs auf Warcraft Logs auf Privat gestellt, ist nichts mehr zu sehen. Und der Grund dahinter ist ganz einfach, dass sie befürchten, dass Limit durch ihren Stream einen Vorteil gewinnen kann. Und wenn ich ehrlich bin, finde ich das ziemlich, ja, merkwürdig, um es nett auszudrücken. Da Limit tatsächlich in den letzten Raids immer ihre Streams bis Endboss offen hatte. Sie haben ihre Voice Communication schon von Anfang an, meine ich, gezeigt. Während da Method, bevor sie zu Echo wurden, auch ihre Voices nicht mit eingeblendet hatten. Also Limit hat immer mit offenen Karten gespielt und alles präsentiert. Und Echo kommt jetzt mit der nächsten Aktion, ja, kommt nicht so gut an. Und das sehen auch viele, viele, viele Leute auf Twitter so. Und wenn man sich hier mal durch die Kommentare scrollt, wir haben hier das VOD vom besagten Try mit so, ja, wie nennt man das, Silent Emojis. Und sie befinden sich mitten im Pull hier. Und zack, auf einmal wird es schwarz. Und das ist ziemlich, ziemlich ärgerlich. Wenn man sich dann hier mal reinliest. Zum Beispiel hier der Kommentar, äh, jetzt lacht ihr etwa über eure Viewer. Oder, was haben wir noch? Was sagen eure Sponsoren dazu, dass ihr eure Livestreams ausgeschaltet habt? Ähm, b-b-b-b-b. Das ist Müll. Ihr Leute streamt nicht mehr. Ähm, ihr könnt tun, was ihr wollt, aber das können auch eure Viewer. Und so weiter und so fort. Also, es gibt jede Menge negatives Feedback seitens der Viewer, seitens der Fans. Ähm, auf Twitter. Und wie gesagt, ich kann das Ganze durchaus nachvollziehen. Ich hätte nicht gedacht, dass Echo mit so einer Aktion um die Ecke kommt. Und, weiß nicht, ganz im Ernst Limit legt die Karten auch offen. Muss man so ehrlich sagen. Und, weiß ich nicht. Dann könnte Echo das in meinen Augen auch tun. Aber sei es drum. Es ist ihre Entscheidung. Was denkt ihr über diesen Move? Ist es ein, ja, ich sag mal auf gut Deutsch, Stick-Move? Oder ist es in euren Augen vollkommen legitim? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Bin gespannt, wie lange Denatrius noch lebt. Ob wir ein World First Race auch noch über Weihnachten haben? Wird sehr interessant sein zu sehen. Bis dahin, danke fürs Zusehen. Bleibt vor allem gesund. Ihr und eure Lieben passt auf euch auf. Und damit reingehauen. Untertitelung. 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 Untertitelung des ZDF, 2020